Herzlich Willkommen! Dies ist der deutschsprachige Dienst von Radio IBS Liberty, die Tageslosung für Freitag, den 5. September 2009. Die Hand unseres Gottes war über uns und errettete uns. Esra 8, 31. Der Herr stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet wurde. 2. Timotheus 4, 17. Das war die Tageslosung für Freitag, den 5. September 2008. Sie hören den deutschsprachigen Dienst von Radio IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, Leeds, England, West Yorkshire, United Kingdom. rav- Bis zum nächsten Mal.